Musik Vielleicht kennst du das alte Lied Wenn Friede mit Gott Das ist das Lied, wo es im Refrain heißt Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn Das ist ein Lied, was heute nicht mehr viel gesungen wird, weil es klingt gar so sentimental und gar so eigentümlich in der Wortwahl, aber ich möchte mit dir über dieses Lied sprechen, denn es ist in einer außerordentlich interessanten, dramatischen Lebenssituation von einem Amerikaner geschrieben worden, Horatius Spafford, und zwar 1873. Spafford hatte also ein Anwesen, einfach seine Existenz, und das fiel dem Feuer zum Opfer. Und als er dort vor den Trümmern stand, beschloss die Familie, was machen wir jetzt? Wir gehen in den evangelistischen Dienst. Das war zu der Zeit, wo Moody Evangelisationskampagnen hatte, und sie beschlossen, sich im Team von Moody einzuklinken und mit ihm das Reich Gottes zu bauen. Moody war zu der Zeit in England, in Schottland unterwegs, und sie buchten Schiffsfahrkarten, um einfach nach England drüber zu fahren und sich dem Team anzuschließen. Spafford selbst wurde durch einige Aktionen noch etwas verhindert, musste noch was regeln, und so reiste seine Frau mit den vier Kindern, vier Töchtern, schon mal vorab Richtung England, und er wollte einige Wochen später hinterherkommen. Und dieses Schiff, wo die Familie drauf war, hat bei völlig ruhiger See, gab es eine Kollision mit einem anderen Schiff. Und dieses Schiff sank. Die Mutter ist noch mit den vier Kindern aufs Deck, hat dort noch gebetet, hat das Leben dem Herrn noch anbefohlen, und ja, dann sank das Schiff. Die Kinder sind ertrunken, die Mutter schwamm noch, gerade noch als ein Matrose mit einem Schiffchen einfach sie entdeckt hat und mit einigen wenigen Passagieren ins Brot genommen hat. Über 220 Menschen kamen damals ums Leben bei diesem Schiffsunglück, auch diese vier Mädchen. Dann sind sie mit dem anderen Schiff dann nach England gefahren, und als sie dort ankam, hat Frau Spefford nur zwei Worte telegrafiert an ihren Mann. Allein gerettet. Spefford hat sich dann recht schnell in ein Schiff eingebucht, um ebenfalls nach England zu kommen, um seiner Frau in dieser schweren Stunde einfach auch Beistand leisten zu können. War aufgewühlt natürlich, erschüttert, erschüttert, und eines Abends kommt der Kapitän zu ihm, ruft ihn in seine Kabine und sagt, wir überqueren jetzt gerade die Stelle, wo das Schiff untergegangen ist und ihre Töchter den Tod gefunden haben. Und in dieser Nacht war er so aufgewühlt, war er so in diesem, zwischen Zweifel und Glauben hin und her gerissen, so erschüttert, dass er sich hingesetzt hat und einfach aus seinem Herzen was geschrieben hat. Und genau dort, auf dem Atlantik, in dieser Nacht, entstand dieses Lied. Und da heißt es, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allerzeit sinkt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lo preise den Herrn. Nun lebe ich in Christo für Christum allein. Sein Wort ist mein leidender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Wenn Menschen in schwierigen Situationen sind, gerade Verlust von geliebten Menschen, ist dieses Lied nach wie vor ein fast übernatürlicher Trost. Von daher, wenn du jemanden kennst, der in Not ist, in Leid ist, in dieser Bedrängnis ist, leite ihm einfach den Clip weiter. Vielleicht ist es etwas, was für ihn echter Trost ist. Denn für diese Person, wie auch für dich gilt, Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!